Turnouts and Point Operating Systems are important railway infrastructure elements ensuring efficient train operation. Our Point Operating Systems and Paw Locks guarantee this efficiency together with maximum safety and reliability for all types of applications and speed ranges. A key function of the clinkers is to tighten the closed, wide mouth over a safe shape of the back surface. The open mouth is held on the wide approach. The made in Switzerland Paw Locks meet the highest standards of quality in terms of their design, materials and the manufacturing processes. More than 60 years of experience at the Vallisellen site reflect the continuity and guarantee the highest production quality. Das Design der Klinkenverschlüsse ist mit Fokus auf minimale Lebenszykluskosten auf die Lebensdauer der Weiche ausgelegt. Die Konstruktion und die intelligente Werkstoffauswahl minimiert den Verschlüsse und beschränkt sich auf wenige, einfach, austauschbare Teile. Das Konzept begünstigt kurze Unterhaltszeiten bei langen Wartungszyklen. All Paw Locks belonging to the CKA Family feature a modular design. This enables the flexible application with the majority of rail profiles and turnout types for switchblades and movable frocks. The Paw Locks can be combined with the proven point machines from Siemens Mobility as well as with point machines of other manufacturers. Installation and commissioning take very little time and do not require any special tools. In addition, our Paw Locks are also available as ready to install hollow sleeper systems in combination with Siemens Mobility point machines. These provide the mechanical system with better protection and are also suitable for machined ballast tamping. Unsere Klinkenverschlüsse und weiche Stellsysteme sind für alle klimatische Bedingungen und für den Einsatz auf der ganzen Welt ausgelegt. Mit weltweit mehr als 100'000 verbauten Einheiten sind Klinkenverschlüsse von Siemens Mobility ein Garant für Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit im Eisenbahnbetrieb. Wir sehen uns beim nächsten Mal.